ja bei mir auch 108 sogar gerade kurz hallo lass dich doch hier noch gucken ein wassersystem darf man nicht kaputt machen kann man nicht theoretisch um das alles abpacken das stimmt dann ist ja unten alles gesichert ja wenn hier oben halt blöcke kaputt gehen denn durch das feuer breitet sich das was halt auch aus naja also es wird so oder so siehst du es wird nicht möglich sein die komplette bude so abzufackeln warum hast du nicht das gesamte hier unter wasser sondern nur den bereich hat das eigentlich so mit grünen oder über der redstone unterliegt die komplette redstone schaltung kaputt machen wenn du jetzt zum beispiel wenn du die redstone leitung flut ist gehen automatisch auch die läuft automatisch das wasser raus also selbst wenn du jetzt sagst baue ich einfach das wetstone weg damit sich die die dinger nicht damit das wasser nicht ablaufen kann sobald redstone verschwindet fahren die runde und dann ist hier alarm und da und dann ist hier wasser ist ja ja apropos alarm kommen wir rüber hallo skelett hallo der kann ganz nett an alter das ding sieht so verunstaltet aus das dach da das ist echt kaputt war dieses loch da ja der turm da ist halt auch nicht mehr viel von da und was ist was hat hier labe kopp da hinten erzählst du jetzt ja ob wir schlafen gehen wir begutachten jetzt hier von oben das haus machst du das denn was und her wechseln ja voll die geräusche ja deswegen weil man die selber ja nicht hört ja das fakt richtig ja das ist ja cool ja wollen wir schlafen gehen oder nicht ich wiese dann mal rüber danke auch jetzt hab ich grad bogen geholt um euch tote turkina abzuschießen ich lieg ich muss noch laufen wie ist das wenn ich jetzt mit einem feuer feier das brett nicht okay alles klar kannst du nicht anzünden kannst du nur tnt mit anzünden oh ja ja tnt kann man das ja auch halt was hat auf ehrgott das ist das tnt ab und dann ist keiner richtig schuld weil du auch hier beide und ich habe nur wohin pfeil hingeschossen das ist eine logik mietze den vorgericht keinen bestanden wirklich null bestanden aber wer ist denn schuld wenn ich jetzt eine waffe habe und du drückst abgelund dabei stirbt jemand wer ist denn schuld und konstruiert fälle das ist unglaublich aber jetzt eine erste frage ist der schuld du eine waffe hast ja ich halte die waffe in der hand und da gibt es ein fernzünder ich richte die auf jemanden und gibt es die denn ist wohl offen bei der wahrscheinlich beide zu 100 prozent schuld und dabei zu 50 50 beide zu 100 prozent und das ist auch keine gute idee den endermänner zu greifen also halb herzen habe ich dabei das wird ja los jetzt so ich habe doch nur jemanden zitiert der Tourette-Macker also wann habe ich denn alle türen hast du eine schiffe lachs mit wieder zurück das hier ja ich habe das halt falsch bedacht ich muss das wieder umbauen wieso fragst du jonas ich bin nicht in der durchführungsphase umsetzungsphase oder so ich fast ein vorbeifäger gemacht und mit 18 sterben hey oh mal gucken wir jetzt ein plant der wird wieder abgerissen nee kripa verzieh dich ich will nix hier hochjagen aber was hast du alles für dlcs für sims 3 einfach tierisch und weiß ich gar nicht ja das großstadt denkst wo du prominent sind echt ja weißt du das weil du mir das mal erzählt hast dass du da mal paparazzis hast weil du mit einer prominenten gepümmelt hast mit deinem mic oder gehöre mal dein macker hast du die geschwängert oder du technisch natürlich direkt ne scheiß auf gummi hallo geile ist der mann von der war auch noch in der bude ne so ungefähr war unten im wunschrad fernseh geguckt ah sims ist schon ein cooles spiel bei sims schockt echt ich weiß hier einen richtig hohen fall abfangen kann in dem er einfach wasser kurz vor aufräumt ja das ist doch die mlg kette mlg minecraft wir mussten hier doch die ganze zeit bei der ASL es gibt doch keine minecraft ASL nein aber das ist der mlg move oder so keine ahnung liebe zeigen hey mama mach die augen auf schön zwischen den augenpfeil im kopp jonas macht die augen auf jonas worüber haben wir noch mal letztes gewettet was weiß ich denn wir haben irgendwo im eis hier gewettet ich weiß nicht mehr wer gewonnen hat keine ahnung heidenkleister was war das nochmal das kann ich dir auch nicht sagen das ist zu kurz her da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern hätten wir die werte vor fünf Jahren abgeschlossen müsste ich es aber jetzt weiß ich nicht mehr jetzt bitte nicht falsch ach ja sorry oh ein schmerzen jonas das ist nicht so viel launt weil seine putze weg ist nö daran liegt das nicht also mir egal woran liegt das denn ein ding aber was habe ich jetzt wieder gemacht hättest du was gemacht würde ich dir ja keine eisenachs bringen das stimmt wer hat was gemacht was hat keiner gemacht der bleibt immer für die bricht man sollte jetzt einfach alle namen nennen was hat er gemacht das was auch bei mir gemacht hat was habe ich gemacht ja wasser bei mir vor das haus geplantet hast du wasser bei mir vor das haus geplantet oder was er hat kelle bei mir gemacht was ich bin jetzt schmerz was was boi aufgesogen ok so was was schlimmes ha 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 hallo was machst du noch dark oakwood wenn du es geschenkst dann würde ich es nehmen ja brauchst du das denn oder brauchst du es nicht ey jetzt habe ich wasser ja toll ich meine lava weg du blöder pisser ja toll jetzt habe ich auf sie am blog die erste wieder abhocken das ist gut jeder anfall ist gemacht wieder nacht so jetzt wollte ich hier die nächsten 20 etagen umlauf so kann es wieder gewesen 20 folge nicht zu sehen ja schienen bauen das ist ja gut wenn es arbeiten 20 folge zu sehen was ist denn ab sechs eisen also drei rechts drei links und immer den stick muss halt aber auch booster wales legen ja klar ein stick leise Ah, halt schon Oh, wie war das denn? Und wie war das denn? Tschüss! Tschüss! So, das ging so Warum wird das auf Redstone geschaltet? Da ist ein Cleanstone drin Ihr habt doch keine Ahnung, wie das funktioniert Oh, jetzt macht das Rails Was hast du, Keller? Ich hab jetzt noch ein paar Rails gekroftet So, die Schimpel direkt runter Das bleibt immer bei 18 Kannst du schon die neue Folge erst mal gucken, dass sie gleich dabei war? Das war so Äh, ja, hatte ich Ja, und hier unten sammelt sich das an Und du? Doch, ich guck dir im Mittwoch immer direkt Jo, ich mach jetzt auch Morgen zum Bett Oder mittags zum Bett Wenn ich von der Uni wieder da bin Dann wird das in der Kiste gelagert Wenn ich den jetzt weg mache, was passiert denn? Äh, Jonas, kennst du White Color? In welchem Kontext? Die Serie? Naja Sagt mir jetzt so nix Was ist denn das? Weiß ich nicht Kann er mal irgendwas mit Kunst bieten? Ja, irgendwas hier Ähnlich wie Blacklist So Ja, ne, bestimmt nicht Ach so, weil der eine bestimmte Power hat, ne Und dann, ja, ich verstehe Ja, Redstone hat Power Weil Der verdient mittlerweile Ne? Ja, ne Ja, ne, weil der ein Dropper, äh Ich glaub 25 Items oder so halten kann Und dann lässt er die halt fallen Äh, ein Trichter meine ich Ne? Das weiß man ja Trichter werde ich auch nicht verstehen Wie das Ding funktioniert Genauso wie dieser Was soll ich denn zwischen Dropper und Dispenser? Und Dispenser kann halt nur Sachen schießen Und Dropper droppt die halt Und kann damit halt auch befördern Aber Papa kannst du halt in der Reihe hintereinander schalten Das kannst du mit Dispenser nicht machen Okay Wollen wir schlafen? Gleich Ich Hey, alle Schienen hier verliegen dich Da war ja War schon gefunkt sortiert? Okay, mit Fußball wird wohl nichts, oder? Sieht aktuell nicht so aus, ne? Sehr gut Was habt ihr denn für Problems mit der Football? Ja, meine Jugend soll gegen Keles Herren spielen Aber bei Keles Herren haben so viel abgesagt Bis jetzt Wollen sie alle nicht mit kleinen Kindern spielen? Ja Ja Am Ostermotag, Alter Ich Ich liege Hm Kelle, ja oder nein Was? Ja, ja oder nein Das erfährst du nicht Nein Oh, okay Dann trink ich kein Bier Ja, wenn's das gewesen wäre, hätte ich ja ja gewesen Wenn wir vorher vertellen Nein, denn der ist ja easy ja gewesen Das stimmt auch Du musst ja ein bisschen spannend halten Äh Findet ihr die Serie gut? Ne Wird doch mega gut sein Jonas, hast du da schon was von gehört? Nö Geht um so einen Sklaven Ähm Keine Ahnung, der denn da irgendwie nach Amerika geschiffert wird und so Oh Okay Das waren schon mal ein paar Schienen Aber reicht noch nicht an So zwei ist Oh 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 Morken Legt euch jetzt ein Bett oder? Ja, ich bin nur auf dem Weg zum Bett Sehr gut Achso, da muss natürlich noch ein Dropper drunter Ja Wann mal, dann kann ich das aber auch anders machen Oh Oh Und dann höre ich die KZ Ja Bumm 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 rein das handy ist auch noch da schon gute strecke hingelegt wer liegt denn noch nicht ich muss doch jetzt wieder rauslaufen ich hab nicht gedacht dass es so schnell wie ihr tag macht es und habe ich so weit koppel den schien dass du denn weiß nicht zehn specks oder so mit booster die kommen noch setzt sich ja nachträglich ein muss ich weiß ja welchen abstand müssen die haben das war sie nicht damit alle zehn blöcke einer damit die nicht an schwung halt verlieren muss die ganze zeit weh du bist schön aber dafür kannst du nichts weder lesen nachschreiben noch was andere sechs gold also gold drei gold links drei gold rechts steck in der mitte und redstone unten redstone oder wird so ein fackel der redstone bei der vermeiden sich ja schon da das ist ja ich hab jetzt mal kack betten kann ich wollen Boah, krass gereiert. Alles gleich, ich lebe wieder. Ja, also im Wiki wird gesagt, du kannst zwei Booster Whales hintereinander legen und dann kannst du 30 normale Schienen legen. Okay, das ist ja umarm. Beziehungsweise im Wiki steht halt 37 Schienen, aber ich würde sagen, wenn wir 30 Schienen machen, dann sind wir auf der safen Seite. Ja. 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 Ja.